herzlich willkommen zu deiner körperschulung du wirst heute die möglichkeit haben einen besseren kontakt zu deinem körper herzustellen und du wirst heute die möglichkeit haben energie und anspannung in deinem muskelsystem hervorgerufen durch stress loszulassen mache es dir bequem lege dich hin oder nimm eine bequeme sitzhaltung ein lasse innerlich die bereitschaft zu jetzt gut für dich zu sorgen dir jetzt zeit für dich zu nehmen und ganz präsent in diesem moment zu sein ich hoffe du hast es dir jetzt sehr bequem gemacht und gut für dich gesorgt atme jetzt bitte dreimal bewusst tief ein und aus gebe deinem körper die erlaubnis sich jetzt ganz bewusst zeigen zu dürfen so dass du ihn wahrnehmen und erspüren kannst alles was ich gleich zeigen möchte darf sein und braucht jetzt keine lösung oder verbesserung es reicht wenn du dir gestattest es wahrzunehmen und dir etwas zeit dafür zu nehmen so dir sind bestimmt einige gedanken durch deinen kopf geschossen aber erinnere dich daran alles was kommen wollte sich zeigen wollte darf für diesen augenblick sich zeigen es braucht keine lösung und keine verbesserung und jetzt schenke bitte deinem atem deine volle aufmerksamkeit beobachte einmal wie deine atmung sich jetzt zeigen möchte und auch dein atem darf genauso sein wie du ihn wahrnimmst er braucht nur deine aufmerksamkeit wende dich deinem atemrhythmus zu du übernimmst jetzt die lenkung deines atems du atmest in einem neuen atemfluss und du längst deinen atemfluss jetzt wie folgt dein einatmen strom beginnt im unterbauch fließt über den bauch erreicht deinen brustkorb und fließt von dort wieder zurück bis hinunter zu deinem unterbauch deine aufmerksamkeit liegt dabei besonders auf deinen ausatemfluss und dieser ist bewusst lang jetzt schenkst du deinem ausatem strom nach dem ausatmen noch zusätzlich eine kleine atemruhe von 1 bis 2 gedanken sekunden bevor dein körper wieder den impuls hat einzuatmen du atmest also ein du atmest bewusst lange aus und hältst dann kurz diesen atemstrom und atmest erst dann wieder ein deine aufmerksamkeit richtest du bewusst auf diese atempause gestattet dabei deinem körper entspannt zu bleiben und den atem sanft fließen zu lassen und diesen zu genießen löse dich jetzt von diesem atemrhythmus und lasse deinen atem wieder kommen und gehen wie er es jetzt in diesem augenblick möchte spüre einmal mit deinen empfindungen in deinen körper hinein so wie du deinen atem bewusst wahrnehmen und lenken kannst bist du auch in der lage die anspannung und entspannung in deinen muskeln zu lenken deine muskeln sind ein ausdruck deiner flexibilität sie sorgen für deine stabilität deine ausdehnung und deine haltung sie gestatten es dir eine anspannung und entspannung zu spüren jede einzelne muskelfaser ist verbunden mit deinen gedanken und deinen gefühlen jede einzelne muskelfaser hört dir aufmerksam zu und führt deine anweisungen aus du bist im vollen besitz der energie deine muskeln im vollen bewusstsein wahrzunehmen deine energie folgt jetzt deine aufmerksamkeit und du nimmst einmal sehr bewusst die wunderbaren verbindungen und linien deiner muskeln in deinem körper war du fängst bei den füßen an und arbeitest dich mit deiner aufmerksamkeit bis zu deinem kopf hinauf durch und du bist der dnm körper war du fängst bei den füßen an und arbeitest dich mit deiner aufmerksamkeit bis zu deinem körper war du fängst bei den füßen an und Im vollen Gewahrsein erkennt mein Körper die Harmonie der Wohlspannung. Ein natürliches Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung. Ich bin vollkommene Wohlspannung in meinem Körper. Alles, was ist, darf sein. Ich nehme mich vollkommen wahr. Du bist im Besitz der Energie, deine Muskeln mit lichtvoller Information zu versorgen. In jede einzelne Muskelzelle deines Körpers hinein. Und du lenkst deine Aufmerksamkeit noch einmal bewusst zu deinem Atem. Durch deinen Einatemzug nimmst du jetzt Lebensenergie durch die Luft in deinem Körper auf, wandelst durch dein Bewusstsein diese Energie in Licht. Und sendest dieses Licht mit deiner Ausatmung in jede einzelne deiner Körperzellen. Jede meiner Zellen ist voller Lichter Energie. Ich bin in der Harmonie und in der vollkommenen Wohlspannung. Jede Anspannung, die meinem Körper jetzt nicht mehr dienlich ist, wandel ich in lichtvolle Energie. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ganz langsam kehrst du jetzt mehr und mehr wieder in dein Tagesbewusstsein zurück. Dabei vertraust du auf die Intelligenz deines Körpers und du gestattest ihm in seinem Tempo, wieder ganz präsent und klar in dein Tagesbewusstsein zurückzukehren. Und bei allem, was du heute noch tust, wünsche ich dir wohlwollende, stärkende und friedvolle Gedanken für dich und für deine Lebenswelt. Herzlichst, deine Yvonne und bei allem, was du heute noch tust, wünsche ich dir und bei allem, was du heute noch tust, wünsche ich dir und bei allem, was du heute noch tust, wünsche ich dir Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020